ja grösser Kleidln herzlich willkommen zur weiteren Folge vor LS19 Tiroler RB wie es gesehen habe, habe ich das letzte Mal mit Daniel Michael-Oas Baurvorhaben angeschaut und er hat mir das OK gegeben und mit dabei ist heute der Erik Servus der Jonas Moin Herr Daniel Servus und ja, wenn es gefreut ist, dass die Videos so gut ankommen bei euch geht es gerne weiter so, teilt es auch mit eurem Freund mit Freunden über jeden ein, wo sie in unsere Community dazukommen und ich weiß nicht, habt ihr irgendwas zu sagen? Nein Nein Passt, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unseren RB Oh, Philipp, bist du unterwegs? Naja Naja Ja, die Fahrer ist ein bisschen weg da war es da war es wo ist der? Naja Ja 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 Ich geh nach hin Ja Ja Ich lauf, lauf im Sauseschritt Änd wusch der Sahme Ich mach mich so wärzleih provisorisch Ja, ja, mach gleich. Weil ich sparte noch beim Weg machen muss. So muss ich ihn immer ein bisschen genauer machen. Man macht wieder nichts. Nein, muss bei den oberen Hase gehen. Da wo du bist, das ist allein zum Vermieten. So, sagt er so gleich. Wird es dir aber wissen, jetzt bin ich schon seit drei Jahren oben im Haus. Ich lauf vor allem vom falschen Haus. Hast du da was mit der Alten da beim Laufen, was da oben gemietet hat? Ja, Servus, Steffi. Ich muss den Feld über den Kaffee bringen. Der hat das Kandel voll. Ja, danke, danke. Ja, danke. Jetzt gehen wir. Ja, nein, der hat troffen völlig. Ich bring dir Sachen. Ja, die meine ich. So, ich muss noch mal zurück. Okay. Ein bisschen Blatt ziehen. Ah, mein Passen. Ja, komm her. Was? Komm her, geh ins Café. Wo willst du? Mit dir? Allzeit. Ja. Dankeschön. Ja, das ist so wie lange. Ah, das ist so wie lange. Na, Albe! Okay. Ahem. Was sagst du? Da war sehr schön ins Holz rein, Philipp. Was sagst du? Da war sehr schön ins Holz rein. Naja, aber hübsch nackert ist ja der Wald. Vielleicht nehmen wir mal einen Sonntag dabei und setz ich mal ein paar Bäume ein. Ja, sicher. Die Erlaubnis geht nicht von mir. Naja. Dip. 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 Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist halt auch alles elektronisch. Ja, deswegen bin ich lieber einer von den alten Maschinen. Aber du findest halt nicht mehr viel Haarwasser, wo es leicht mehr elektronisch läuft. Es ist leicht mehr elektronisch läuft, meine ich. Ja, man hat es in Amerika schon. Da ist auch das Zeug, es ist wie ein Sondermär. Die Probe ist halt, wie der Zustand ist. Naja, wahrscheinlich... Ich muss dort schon dir sowas jetzt einmal anrufen. Gibt es da noch... Das hat echt einen Konsekunden. Nein. Ja, ja, das ist schlecht. Das ist ja garantiere, da haben wir Fragen wegen dem Kopf. Ja. 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 Ja, wir verkaufen ja das ganze Elektronikkraft zwe ses. Das ist ja vielleicht. Ja, das ist ja wahr, genau. Schau aus, wenn das nicht geht. Ich bin ja auch ganz neu in einer Maschine dran. Die Bonze ist leichter. Ich bin ganz neu in einer Maschine rein. Die Bonze ist ein bisschen leichter zum Fahren, sag ich mal. Nein. Das ist einer von mir da umstellung, dass ich mit denen zurecht komme. Ich bin ganz neu in einer Maschine, die man anschaut. Ich bin ganz neu. Ich bin ganz neu in einem lawmakers. Ich bin ganz neu. Ich bin ganz neu in einer Maschine. Aber wirklich? Ja, da ist er auch noch. Hast du heute vielleicht Zeit, Philipp? Ich wusste. Mit der Winde auch gekämen und der sich auch nicht rum hat. Nein, ich war winden. Ja, ich war winden. Lani, bist du im Funk? Ja. Komm die Milch holen. Ja, hol sie ab, ich bin halt auf dem Hof, aber... Ich weiß ja, wo der Tank ist. Hast du da? Ja. Kannst du die Bahn auch mitnehmen? Ja. Wie viel hast du? 16.400. Ja. 1000 pro Liter bezahle ich, ne? Ja, ne? Ja. Ich bin noch der Test. Ja! Ja! Ja. Ja. Okay. Wollt ihr mitnehmen? Ja. Das war Philipp. Das war. Das war. Wir müssen es gleich mal fertig sein, einen Teil für Baume, oder? Naja. Jetzt muss ich schauen, ob das richtig mitten im Plasen wird, und jetzt, wo es einmal quer passt. Das war Philipp. Die Bahn ist gerade überwiesen Ja, sie ist gerade eingekommen Bei der Bahn Gut Eingegangen ist auch So, jetzt habe ich den Computer eingestellt Jetzt funktioniert alles Funktioniert es jetzt? Ja, jetzt geht alles Putz 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist denn los? Was ist denn los? Wir haben recht Ja, jetzt glitscht beim Spinter-Milch-Computer Willip, hast du auch Milch zu verkaufen? Ja, Milch habe ich genug, ja Wenn du verkaufst, kann ich sie gleich abholen, wenn du möchtest Ja, ich schaue dann auf, ich sage dann Bescheid Ja, sagt mir ruhig Bescheid Rosta Ja Hast du nach bei dir ja schon abgeholt, was er seit Wochen gesagt hat Der da selber verkauft Ach so Weil ich nur, ja, bisschen schludert hab Du bist rein! Was ist das? 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 Ja, das Holz muss ich nachher holen Ja Und Stumpfen wegfressen Ja Ja Ja, zwei, drei Elke vollen gibt es auch Was ist das? Ja Ja, das ist echt ein langes Holz Ich muss mal schauen, ob wir da vielleicht eine Rückfahrkamera in den Harvest einbauen können Nein Ja Das ist ja wirklich die Straße Die Straße Das ist ja schnell Das ist die Straße Und das ist die Straße Wie ist das? Was hast du mit meinem Ecke so weit vorgestellt, ha? Weil ich unten umdrehen müssen, weil ich von der Heutrocknung und noch Heu raus hab Ich habe bei dem Koster seine Ballen trocknen lassen und presse ihm das gerade wieder zu Ballen sein. Ich kann mir das nächste Mal zum Koster sagen, du kannst dich auch ja holen, wenn dafür bringst du mir 10 neue Sielenballen, vielleicht tut das nachher schneller, das könnte man probieren, ne? Ja, kannst du ja mal probieren. Verste? Ja. Holst du mir mal neue Balletten ab, musst du mir aber 10 Sielenballen dafür bringen. Kann ich's machen. Wenn ich noch hätte, du Vudeldu. Hehehehehehehehe, aber Basileballen habe ich noch. Für Geschenk, dann nehme ich sie schon. Kannst du das haben, pro Ballen 200. Na, kostet ja nicht 200, 500 ist der Dorfpreis. Freundschaftspreis 250 pro Ballen. 300. 300 Euro, 301 Euro, so locker. So kleine Beträge kann man auch. Ja, bietet mehr. 302. Sorry. Bastion hat verkauft. Hehehehehehehehe. Und Daniel bezahlt's. Kannst du vierste Wohnzeller mitzahlen? Du hast schon reich geklärt. Ja, du der reichste Mann hier bist. Jaaaa. Ich. Sag's, wenn man einkommen kann. Ah, du dumme Mann. Sorry. Bin extra schon weit ausgewichen. Damit ich nicht reinfahre. Kannst du mal gerne euren Kontostand sagen, wie viel ich hab's? 15.000. 64. 400, 27.000, äh, Komma, 8, 65. Ja, du wissen's sicher schon. Jeden am wenigsten. Hehehe. 7.000. 50.000. Nein, 77 Euro und 8,95 Cent. Jaja. Jetzt geht's dir vielleicht noch eine Tankfüllung aus, mehr nicht. Ich hab dir doch 50.000 überwiesen. 50 Euro hab ich mir überwiesen. Ich hab doch schon wieder in Zigaretten investiert. Hehehehe. Jaa, wir haben um 50.000 Zigaretten investiert. Ja, passt schon. Hehehehe. Wir sind da für eine Woche. Ich war mit dem Sattelschlepper und noch einen Zigaretten gerollt. Hehehehe. Ja, Leute. Die Folge ist leider schon wieder vorbei. Wenn's euch gefallen hat, lasst's gerne einen Kommentar da. Dir sind's auch gerne abonnieren. und was in der nächsten Folge passiert lasst euch überraschen und sag einmal Servus Servus